Hallo zusammen, Heizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Lichtaus anzunehmen bei Egor Eisenband in Heilsturz an dieser Stelle. Und wir müssen uns in diese Richtung begeben. Mal schauen wie weit. Etwa über diese Insel hinaus. Dann ist es sehr weit. Dahinten ist nichts. Doch, auf diese Insel, ok. Und zwar müssen wir hier an die Küste. Schaut mal, da sind sie. Ah, ein Kultivana, ok. Quest ist abzugeben bei den Starkwuft in Heilsturz an dieser Stelle. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte zu einem Abonnierknopf ein. Und in den Kommentaren ist der Link zu meinem Twitch-Kanal. Wäre cool, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.